Okay. Uff, die Dörmende zugreifen. Ach, du Heiliger. Smite, liest es. Was so das heißt, du hast den Zugang zum Aufzug abgeschlossen. Deine... Knarren und Vorräte helfen mir. Ja, scheiß, wenn... Der Synthet, der dich gejagt hat, immer noch hier unten ist. Oh Gott, okay. Ups, sieht aus, wie sie ihn zugemacht. Ich glaube nicht, dass er mich gesehen hat. Er hat der Stand in der Anlageüberwachung und hat deinen alten Hefter angeschaut. Komm hier runter und mach die Tür auf. Pronto. Smite. Aussage. Ich weiß nicht, wie viele von euch da noch da sind und das lesen, aber ich habe vor dem Synthetenaussteckungsraum mit Waffen und Vorrätsumfahrtschlag aufgeschlagen. Da sind wir hoffentlich sicher vor der Kreatur. Nee. Smite ist bei mir und warte darauf, dass man ihn aus dem Flüssigkeitswerk nach oben ist. Noch immer keine Meldung von Susanne, lass mich wissen, ob sie bei euch ist. Ich glaube, die ist, äh, haupts. Aber ist nur so nach dem Auto. Ja, versucht doch, hier zu kommen. Oh, sie sind durch. Ähm. Loi. Ah, natürlich hat er eines dieser Dinge eine Schlüsselkarte. Oh, da war noch Pumpgun-Money. Gut, jetzt kann ich da, glaube ich, bestimmt gleich wieder neue basteln, oder? Ich habe so viel Müll gesammelt auf dem Weg. Aber da waren die Rohrbomben aber richtig nice. Hat auf jeden Fall gut funktioniert, würde ich sagen. Noch eine? Nicht ganz. Oh, wait, aber... Oh, ich auch gar nicht. Hier liegt doch bestimmt noch irgendwo eine rum. EMP, EMP, Medkit... Moni... Gibt es keine Rohrbomben? Nur Monis und EMPs? Wow. Noch eine EMP... Oh, Revolver. Da ist noch ein Medkit. Können wir da mal folgen, dass wir jetzt schon... Wir hätten schon die Möglichkeit haben. Bleiben wir uns das mal noch in den Armen und nehmen wir den Medkit noch mit. So, Revolver. Dann heben wir mal hier die Neuverkabelung wieder auf. Achso, warte mal. Was fehlt mir jetzt dazu? Ah, okay, warte mal. Packen wir mal das rein, und wir haben schon mal hier. So, und dann fehlt was? Eine Sprengkapsel. Ups, halte Taste. Huch. Hier stehen ja immer noch zwei. Dies scheinen aber lieb zu sein. Beziehungsweise haben es zumindest mit mir keine Probleme. Das ist schon mal gut. So. Schlüsselkorde benutzen. Ah, okay, jetzt bin ich... Ah, alles klar. Hierin hat doch Sam... Ja, da hat er den Androiden geprügelt. Weyland-Yutani-Synthet registriert. Unbefugter Zugang registriert. Weyland-Yutani-Synthet. Das ist doch dann... Find-Synthet ist ja immer zum Androiden-Labor gegangen. Um Poliziereichend finden und helfen sie ihm. Sagen, dafür muss ich da rein. Dafür muss ich das Ding, die Stromüberlastung kriegen. Oh, hier ist auf jeden Fall ein Safe-Point. Ich höre schöne Geräusche. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr sympathisch an. Die Klappe. Oh. Schrott, okay. 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 Das ist gut, dass sie drücken, sie A ist, auch drücken sie D. Weil das immer A und D ist. Geht die Tür jetzt wieder? Nein. Für die derzeitigen Verspätungen. Ah, das ist ja auch hier eine Dings, eine Station, ne? Na, hallo? Da. Jetzt. Aufzug nach unten zur anruhigend Einweisung. Alter, das sieht so creepy aus. Oh Gott. Äh, ja, okay. Und das heißt, eh. Oh Gott. Oh Gott. Oh no. Ich sehe schon, worauf ich aufpassen muss. und ich sehe schon, worauf ich Komm her, auch. Schnelle, schnell, schnell, schnell. j Location. and und knack auf evtl schnell, 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 schnell. Los, 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 los. Go, go, go. Wo muss ich hin? Da hinten irgendwo. Ui, ich hab 10 Schuss Shotgun. Das ist ja insane. 12 sogar, die noch drin waren mit den beiden. Da hinten ist eine Schleuse. IPTC gemeldet. Er ist mit Blut vollgespritzt. Menschlichem Blut. Ich habe die Marshals informiert, eine Sekretärin in Sicherheit gebracht und mich auf dem Weg zum Transit gemacht. Ich werde einen Hiwi-Android damit beauftragen, Apollos Rat einzuholen. Ich weiß Apollo, wer zum Teufel hierfür verantwortlich ist. Eventuell. Oh, Trafikfehler. Katze, ich höre dich. Komplette Geräusche machen. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich soll nur kurz aufstehen und gucken, ob hier noch irgendwas anderes ist, aber anscheinend nicht. Oh, er ist wieder aus hier. Ja, nicht weit der Weg bis rüber. Auf. Okay, ist klar, so. Das ist wieder aus hier. Nein! Oh Gott. Oh, bitte keine Kamera. Oh nein. Alles, nur bitte keine Kamera. Ja, stirb einfach. Oh, ist okay. Oh, den kann ich neu verkabeln. Jetzt erstes direkt mal das Kamera-Feed ausmachen, ey. Ja, mach her. Kamera aus. Kein Mensch. Eine Springkapsel, glaube ich, brauche ich noch eine. Schacht öffnen. Solange ihr... Solange ihr liegen bleibt, ist mir das erst mal... ...goss. Der dahinter steht auf der Stimme. Oh, nein. Warte mal, warte mal. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Die sind echt gerade aufgestanden. Nee, lass mal stecken. Ich muss Samstag arbeiten. Und Sonntag ganz viel aufnehmen. Warum sind die aufgewacht? Oh, no. Ich traue keiner Kamera mehr in diesem Spiel. Auch wenn sie mich hier unten nicht sehen können sollte. Oh ja, Alien Isolation ist gut. Ich hoffe, die bleiben liegen da jetzt. Die stehen mich auch noch auf. Das wäre Horror für mich gerade. Ist doch schon genug Kacke hier. Ich habe leider keine VR, deswegen geht das nicht. Aber sonst hätte ich das wahrscheinlich sogar getan. Resi 7 VR, oh ja. Schon auch witzig. Das ist doch schon wieder eine Cam. Ich bin zu schnell rausgeklettert, oder? Da ist das Kamera-Gedöns-Dingens. Kann ich die auch hier irgendwo neu verkabeln? Und wenn ja, wo? Ist auf jeden Fall kein EV mehr, oder? Die kann ich nicht neu verkabeln. Nein, das ist ja witzig. Alles gut. Da. Da. Da hat sich doch gerade was bewegt. Oder hat die auf mich reagiert gerade? Ich glaube, die hat auf mich reagiert, oder? Da. Äh. Er hat mich doch gesehen. Oder nicht? Ja, talk to me. Oh, okay, das war alles. Ich dachte, er sagt noch was. Ja, nicht nur Doki-Zone. Ich auch, also von daher. Jetzt muss der Strom wieder hergestellt werden. Ich werde die Neuformatierungskammer benutzen. Das ist der einzige Weg. Ich musste Strom aus dem Bereich umleiten, damit ich das versuchen kann. Dankeschön. Wenn das passt, wird besser zu Horrorspielen als so eine farbige Cam dann da drinnen. Ich warte mal drauf, dass der noch was sagt, aber er sagt halt, einfach nicht noch mal was. Oh, da ist ein Speicherpunkt. Das ist schon mal gut. Das hier ist doch diese neue Konvertierungskammer. Kommt er hier rein? Scheint noch nicht. Schnell mal speichern. Ähm... Jo, ne? Ähm... Junge? Warnung! Apollo Verbindung eingeleitet! Apollo Infizierung wurde beseitigt. Die Kreatur ist nicht mehr an Bord! Die Station ist sicher. Er bitte Aufhebung aller Gefahren Eindämmungsmaßnahmen! Warnung und befugte Verbindung. Ripley, Apollo weist mich zurück. Das könnte zum Problem werden. Samuels? Apollo versucht mich vom Verbinden abzuhalten. Oh nein, Amanda, Sie müssen das System manuell abschalten. Bitte! Scheiße, Samuels, ich werde es versuchen. Halt! Sie müssen es in der richtigen Reihenfolge tun oder es entsteht eine Kaskade, die tödlich für mich ist. Ich greife auf die SIGs und Schallpläne zu. Lösen Sie das rote Kabel zuerst. Fuck, welches ist? Da. Äh. Äh, ganz entspannt. Lokale Stromversorgung außerhalb der SIGsparameter. 75% SIGPAPAZITÄN Und erledigt! Als nächstes brauchen wir ein blaues Kabel. Können Sie es sehen? Haps. Äh! Panic Moments. Ich hab's. Blau getrennt. Was jetzt? Ich kann nicht auf die Schaltpläne zugreifen. Apollo macht es mir nicht leicht. Ich brauche das nächste, Samuels. Was? Was ist da los, Ripley? Die Notfallbeleuchtung ist angesprungen. Ich kann die Kabelfarben nicht erkennen. Sie müssen mich anweisen. Das ist grün. Das nächste ist an einer Steckdose angeschlossen. In der Nähe einer ungeworfenen Tragbarge. Äh, was müsste das hier sein? Kann das sein? Bin ich, stirbt er jetzt. Ich geb dir nur zwei Alternativen. Ups. Ich hätte gedacht, dass das dahinter die Steckdose ist, aber anscheinend ist sie es nicht. Zum Glück haben wir da vorne gespeichert. Ups. Okay, machen wir das Ganze nochmal. Also. Oh, wenn man schnell genug ist, kann man damit rein? Geht das? Also das hier ist nicht die Steckdose. Also dann kann es ja eigentlich nur noch... Ah, das ist die Steckdose. Okay, alles klar. Also wir haben als erstes, hatten wir... Rot. Rot war... War das rot das erste? Oder war das... Ne, das erste war nicht rot. Das erste war... Doch. Ui. Doch, das erste ist rot. Das erste war das hier hinten nämlich. Ja, jetzt mach hinne. Leg dich rein. Heute noch. Hau rein. Ich mach hier gleich den Tag. Hallo, Infizierung wurde beseitigt. Die Kreatur ist nicht mehr an Bord. Die Station ist sicher. Verbitte Aufhebung aller Gefahreneindämmungsmaßnahmen. Warnung. Unbefug der Verbindung. Ripley, Apollo weist mich zurück. Das könnte zum Problem werden. Samuels? Apollo versucht mich vom Verbinden abzuhalten. Oh nein. Amanda. Sie müssen das System manuell abschalten. Bitte. Scheiße, Samuels. Ich werde es versuchen. Halt! Sie müssen es in der richtigen Reihenfolge tun, oder es entsteht eine Kaskade, die tödlich für mich ist. Ich greife auf die Siegson-Schallpläne zu. Lösen Sie das rote Kabel zuerst. Mhm. Okay. Zuerst rot. Menschliches Personal. Evakuieren. Es ist Kabel. 20. 20. Rot erledigt. So, rot haben wir. Brauchen wir ein blaues Kabel. Können Sie ja sehen. Blau ist das hier. Ha. Ich hab's. Blau getrennt. Was jetzt? Ich kann nicht auf die Schaltfelder zugreifen. Ich kann nicht auf die Schaltfelder zugreifen. Apollo macht es mir nicht leicht. Ich brauche das nächste, Samuels. Was? Was ist da los, Ripley? Die Notfallbeleuchtung ist angesprungen. Ich kann die Kabelfarben nicht erkennen. Sie müssen mich anweisen. Das nächste ist an einer Steckdose angeschlossen. In der Nähe einer umgeworfenen Tragware. Ach, umgeworfen. Ich bin ungebaut verstanden. Naja, geil. Gefunden. Nur noch zwei, Ripley. Suchen Sie nach einer geöffneten Bodenplatte neben einem deaktivierten Antroiden. Na dann. Samuels. Sie sterben. Samuels. Sie tun so, als hätte ich je ein echtes Leben gehabt. Dafür bin ich Ihnen dankbar. Samuels. Der Apollotra-Bzicht ist offen. Sobald Sie im Kern sind, wird er mit Ihnen sprechen. Was haben Sie für mich getan? Ich wollte, dass Amanda Ripley endlich einen Schlussstrich ziehen kann. Tür streamen. Das geht mich. Ricardo, wenn Sie da sind, nehmen Sie ab. Ich bin hier, bin hier. Tut mir leid. Samuels hat es nicht geschafft. Verdammt. Er hat den Apollo-Transit für mich geöffnet. Ich werde direkt dorthin gehen und Apollo beauftragen, die Abregelung aufzuheben. Okay. Aber hier mache ich jetzt den Cut tatsächlich. Speichern und dann Cut machen. Okay. Wie gesagt, hier kommt jetzt auf jeden Fall erstmal der Cut. Für YouTube geht es in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, haut da erstmal rein. Bastante. Gut.